hallo so ich stehe jetzt hier auf dem u-boot habe nur auf euch gewartet und wir wir erkunden ja zusammen die tiefe des meeres beschleunigen rückwärts abtauchen lenker wie kann ich abtauchen ach so ja noch sehr dunkel hier drin so gefällt mir das was hier steht und ich kann es nicht gettet den greifen das ist aber schwer damit zu fahren es geht leider nicht aber ich muss runter ich kann aber einsteigen machen wir das gleich das ist aber schwer ich darf nur lenken so oder genau ein bisschen hoch wer läuft da jan läuft da wo ist das stark ich hab dir nichts getan hilfe 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 was will das fisch von uns jetzt haben wir das dicke problem dass wir das ding nicht mehr rauskriegen ok das ist aber kein problem für uns hat der auch hände wir machen jetzt uns das einfach erst mal stellen wir uns jetzt hier hin und unser teil raus entdecken das teil und holen uns jetzt unser u-boot wieder zurück wo war das ding denn jetzt auch geht ja vom preis her und jetzt geht es wieder ab in die tiefe ohne jetzt irgendwo vorzufahren wir sind jetzt los vorwärts die steuerung gefällt mir überhaupt nicht wie komme ich hier nicht dran wenn dieses boot das heißt erstmal rückwärts zahlen und dieses boot entferne das war die falsche taste wieso falle ich jetzt nochmal vom himmel egal und abtauern ab zum u-boot steht das u-boot noch da unten wo war das denn eigentlich da ist die kiste mein u-boot ist weg wie sieht das so aus hey bleibt doch mal stehen ich kann mit dir reiten sehe ich gerade ja absteigen also verliebt roxan luft dann holen wir unser u-boot jetzt wieder das zweite jetzt schon in der folge wir dürfen nicht mit dem u-boot fahren tauchen gehen merk ich schon hoffentlich bleibt auch jetzt das letzte mal dass wir ein u-boot zerstören jetzt hier und nochmal runter da ist die kiste ich hoffe wir kommen jetzt problemlust dran wie mache ich die jetzt auf da ist auch in einer kiste ok die kiste haben wir aufbocker haben aufbocker nee geht kaputt ich finde das komisch dass man jetzt nicht greifen kann was wir aber ausprobieren könnte vielleicht klappt das ja jetzt ich kann die kiste nach oben holen ich kann die kiste nach oben holen ich habe keine ahnung ob das entschieden wieder ist das war ein bisschen zu hoch runter auftauchen das u-boot hat uns echt nicht weiter geholfen komm ich jetzt an der kiste an ja ja nett und stern er hatte noch irgendwo noch ein stein da hinter ich glaube ich war das doch was ist das denn was ist das denn yeah interessant warte dann lass mich mal erforschen dankeschön ich kann die kiste nicht es super es ich sie ich ich . ich 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 das stimmt er hat eine goldstein für uns nicht mal wieder ins wasser ein wasser kann ich nicht angreifen wird doch stehen er geht zum land nicht aus mann raus ja wir haben naja goldstein geht es nicht runter hallo war nicht schon mal hier ok hier ist weltende geht es hier lang keine ahnung sehe auf der karte wieder einen bollen stern ach stern sei schon stein heißt da werden wir noch einen finden nur wir müssen erstmal ausgang finden und er ist hier was los und Ja, Maraschana? Okay, hier aber noch nicht, oder? Was ist dahinter? Was ist dahinter? Hey! Okay, er hat einen Goldenstein, aber wir können den nicht nehmen. Geh mal her! Oh, was hält der aus? Ja! Kriegt der, kriegen wir jetzt einen Goldenstein? Ah, Stein! Ich kann es nicht lesen, was du sagst. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich ihn gemacht habe. Soll aber mir egal sein. Oh, nicht schon wieder so ein Fisch. Stirb! Die machen einen Schlag und ich bin tot. Oh, doch mal! Kann ich ihn auch erforschen? Warte mal! Ja, das klappt! Hier unten ist eine Kiste. Den ich aufgeben will, jetzt aber. Und darum ist noch eine. Und hier muss immer noch eine sein. Ach, da ist die Stosche. Wir brauchen Licht, würde ich jetzt sagen. Okay, wir haben Licht. Irgendwo hier muss noch eine Kiste sein. Oh! Oh! Guck da jemand! Der ist interessant! Kleiner, fehlt's! Komm mir nur so vor. Das sind hier viel zu viele. Oh! Oh, okay! Schatztruhen. Schatztruhen. Hier ist auch noch einer. Ah! Stierf, stirb! und ist unser wir haben wir fackel wieder immer das loch gemacht da ist es doch ouch und wieder eine kiste mehr häuschen 2 es ist dunkel hier unten zu tun ich sehe nichts fackel die spendet sehr viel licht das order ist echt noch eine kiste man kann sehr viel erforschen hier habt ihr doch schon gerade geöffnet okay das war jetzt was ist denn das für leuchten das teil entdecken und jetzt sehen wir wieder nichts die höhlen sind viel zu dunkel hier war wir schauen wie geht es nicht weiter gehen wir jetzt mal hier hoch hier geht sie da raus hier wo ist einer der uns was geben will irgendwas rennt sie weg gucken wir mal dafür um ich herum ja da ist doch einer komm her ja ist klar ist tot wo ist die dame jetzt du hattest doch was für mich auch die ist doch doof ah stirb 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 da war was ich brauche mich jetzt einfach mal durch die wand hier und hoffe dass ich hier rauskomme oder bei sowas rauskomme ist das jetzt was ich hier mache könnte das ja meine kommentare schreiben was ich weiß nicht was ich darüber sagt zucker stange ey der steht einfach mal im auto einfach mal so im auto einfach mal so im auto einfach mal so im auto nach oben mehr ich weiß alles am still bräuchner werden wir auch noch finden sind ja noch ein paar kissen versteckt irgendwo hier ich würde mal sagen wir nehmen unsere fähigkeit ich sehe nichts ok das hat nichts der kann wende hochklettern jetzt kommt das ganze wasser hier rein irgendwo muss doch hier noch einer sein was mache ich jetzt auch hier ist er auch nicht schon wieder wir hatten fast wieder ein grandstern gehabt hier ist auch noch was ist wie wir das jetzt machen wir nehmen jetzt das teil und bei uns jetzt gehen genau hier runter ich glaube wir sind unten angekommen und bleibt stehen bleibt stehen bleibt stehen wir haben es ab in die höhle wo wir rein springen sprung wollte und war der falle ist das tief auch die kiste ist auch eingesperrt die kiste noch aus und wieder freigebaut ja wir suchen gerade extrem gut finden war sachen wo sind wir denn jetzt hier das geht runter ab 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 sie hier geht weiter runter und ich bin schon unter nein das begreifte mich an voll wieder drauf und noch eine kiste interessiert euch eigentlich dieses ganzen sammeln ich hoffe es hier macht es irgendwie spaß aber es ist schon übertrieben schwert wir sind ja richtig cool jetzt drauf so und jetzt den letzten hoffe ich mal wo ist er denn ist er markiert jetzt wird nicht markiert hier muss immer noch eine kiste sein es ist noch nicht mal der letzte das ist das beste machen wir das anders das ist irgendwie wieder runter noch So. es ist ruhig hier muss dann auch sein hier war oder schon mal wo ist denn die letzte kiste okay die sport einfach in der kiste das verstehe ich immer noch nicht aufmerksamer bauer wir haben einen rang du hast einen weiteren meilenstein erreicht 15 goldene steine bringen sie zur rakete und hol dir deine belohnung machbar zu fort aber erstmal schwimmen wir jetzt hier hier war noch irgendwo auch noch kiste wir müssen auch diesen eisarm stil noch finde und ein roten forsch ich gehe einfach einen berg hol der muss auch hier drin sein genau hier wisst ihr was wir machen natürlich wisst ihr was da unten ist ist das lava ich glaube schon oder na und ist ja auch die kiste ich bin und angekommen und absprich wir fallen hoffentlich auch weiß jetzt komme ich an dieser kiste ich war ja gut das hat jetzt nicht geklappt jetzt tief gebaut merke ich schon jetzt habe ich sogar zu hoch gebaut jetzt ist passen aber das ist sogar die andere seite so jetzt haben wir öffnen was war denn da drin? gute frage hm, keine Ahnung es ist immer in einer Höhle ok und ich würde jetzt sagen mit dem hier würde ich sagen bis zum nächsten mal und ihr wisst ja morgen geht es weiter ciao